herzlich willkommen zu einem tagesupdate zu den edelmetallen silber und gold bei elliot waver live mein name ist frank schuh ein kurzer disclaimer bitte beachten sie dass gehebelte produkte und börsenanlageprodukte ein hohes verlustrisiko in sich bergen dies ist keine anlageempfehlung also recherchieren sie selber und treffen sie ihre eigenen anlageentscheidungen gehen wir erst ins silber rein im langfristigen acht minuten acht stunden start natürlich sehen wir hier eine fallende drei dann eine steigende vier und hier unten bei 12 90 noch mal das ende der fünf die drei da unten die sollte es im moment noch nicht stören die ist noch zu weit weg die muss nicht sein wir gehen jetzt erstmal im langfristigen bild weiterhin davon aus dass wir hier einen fallenden trend haben wechseln wir in den zwei stunden start also schauen wir ein bisschen tiefer mit der lupo drauf hier habe ich was vorbereitet für sie eine fünfer sequenz das hier ist die welle fünf der großen welle drei hier gibt es eine möglichkeit diesen markt zu handeln schauen wir uns diese welle drei an begonnen bei 17 554 das voraussichtliche ende dieser welle wird sein bei 18 6 8 9 schon ganz knapp darüber bei 17 18 7 29 liegt die make or break linie weil hier unten auf diesem niveau das ende der der welle 1 ist sollte die überschneiden ist die zielweise hinfällig dadurch können wir einen sehr knappen stopp setzen deswegen stopp bei 18 7 22 das ziel liegt bei 15 5 42 ein traumhaftes ziel mit geringem risiko insofern kann man das durchaus traden man kann nicht viel verlieren man kann sehr viel verdienen so werde ich es machen aber das größere risiko ist natürlich dass sie diesen trade gar nicht erst mitnehmen können denn würden würden sie jetzt eine limit order bei 18 6 8 9 auf short setzen und der kurs aber hier kurz vorher stoppt dann kommen sie gar nicht erst in den markt rein aber gehen sie früher rein vergrößern sie ihr risiko nun diese sorgen die werde ich ihnen nicht abnehmen es gibt oft situationen wo wir nicht in den markt rein können sogar viel öfter als wir verlust trades machen diese angaben hier sind also immer bereiche wenn der markt bis hier geht die welle 3 könnte aber auch kürzer enden ich meinte natürlich die welle 4 aber da der stopp hier so knapp gewählt ist kann man durchaus ein paar punkte früher in den markt gehen aber wie ich eben schon im diskrema sagte machen sie sich dann ihre gedanken ich gebe ihnen hier eine richtung vor und eine empfehlung aber keine anlage empfehlung sondern eine empfehlung darüber nachzudenken gehen wir zum gold da haben wir ein phänomen im langfristigen chart sehen wir hier weiterhin stark steilende kurse bis hier unten hin bis da schauen wir hingegen in den zwei stunden chart dann sehen wir hier eine steigende trendwelle was hat das zu bedeuten der acht stunden chart umfasst einen sehr viel weiteren zeithorizont über mehrere jahre das heißt die wellenberechnungen im acht stunden chart umfassen einen längeren zeitraum hingegen im zwei stunden chart einen kürzeren zeitraum das führt dann bei der zählung zu unterschiedlichen ergebnissen jetzt ist die frage wie wir damit umgehen schauen wir uns also den zwei stunden chart an wir haben hier die welle 2 die bereits 93,1 prozent gemacht hat der welle 1 das heißt wenn die jetzt noch mal etwas runterkommen würde dann wäre diese zählweise schon kaputt und würde nicht mehr gelten das heißt hier ist das risiko dass wir hier auf der kippe stehen und noch mal weiter fallende kurse kriegen verhältnismäßig hoch wie können sie das handeln sie können jetzt hier auf diesem niveau im moment bei 16 1698,2 sie können einsteigen setzen dann entsprechend ihren stopp aber hier an den anfangspunkt der welle 1 so das ist der verlustrisiko dann spekulieren sie darauf dass diese welle 3 so in erfüllung geht da haben sie natürlich einen bereich bis 1752 das wäre ein guter trade aber hier ist ein etwas erhöhtes risiko dadurch dass das hier durchaus unterboten werden kann eine gut und gerne naja ich würde sagen 40 prozentige wahrscheinlichkeit haben wir dass das also darunter läuft nichts desto trotz ein sehr gutes risiko gewinnverhältnis ja wenn sie rausfliegen haben sie nicht allzu viel verloren ich mache aber jetzt deswegen hier keine trading box hin aufgrund des unklaren bildes also entscheiden sie selber sie müssen ja auch die verluste und die gewinne verantworten die sie machen das war's für heute von den rohstoffen im nächsten video gehen wir an die währungen alles liebe mein name ist frank schuh von elliott wafer live